Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. Wir haben wirklich lange lange kein Rocket League mehr gespielt. Ich glaube die letzte Folge war vor einem Jahr. Ich verlinke euch mal die Playlist oben beim i. Alter was war das denn? Ich habe gerade übrigens auch meine Steuerung umgestellt. Also ich habe immer auf den Maustasten das Fliegen gehabt und jetzt habe ich es auf VASD. Und zusammen mit einem Kumpel von mir und zwar dem Flo. Hallo. Hallo. So. Ich bin jetzt auch hier schon gerade am Hasseln ey. Ja am Hasseln. Hasseln hast du nicht gesehen. Hasseln. Alter ich habe das nicht nur nicht mitgenommen. Wir sind natürlich absolute Profis. Wir haben uns natürlich ein bisschen probiert einzuspielen. Aber wir müssen auf jeden Fall noch üben. Wir haben dann auf jeden Fall vor in nächster Zeit dann auch vielleicht Rank zu spielen. Und Rocket League öfters auf meinem Kanal zu bringen. Mal gucken wie es bei euch ankommt. Äh der Flo hat übrigens Rocket League seit lol. Als ob. Als ob. Sehr gut. Seit zwei Wochen. Äh seit ungefähr zwei. Alles klar. Dann mache ich so ein Tor alter wahrscheinlich. Das war gut. Den ersten nicht geschafft. Dann so ein Tor alter. Ähm ja jetzt ungefähr seit zwei Wochen. Ich habe zwar schon saulange. Habe es aber erstens wenig gespielt und zweitens äh lange nicht mehr. Ja. Also du hast mich aber halt eingeholt vom Level. Auch interessant. Was? Obwohl ich schon ewig habe. Ja du bist jetzt kurz vor Profi und ich bin jetzt gerade erst Veteran geworden. Also. Richtig. Richtig. Tipptopp mal. Ja 30 Stunden Spielzeit in zwei Wochen. Ich glaube ich. Ich glaube ich habe insgesamt vielleicht 36 oder so. Oh oh oh. Und ich habe es schon seit einem Jahr das Spiel. Das war eine Auflage für dir aber du hast es saft. Ja ne Vorlage. Du kannst jetzt pushen. Die sind zwei beiden noch hinten. Ne Vorlage aber okay. Ich muss ihm das beibringen. Er sagt immer Auflage. Ach habe ich schon wieder gesagt. Ja. Du hättest es mir reinmachen können. Ich lern's nicht mehr. Ich lern's nicht mehr. Hashtag Realschule ist da. Entschuldigung. Passt schon. Kein Problem. Oh 20 Punkte Beführung. Reinigung. Ich habe mich wieder verdrückt. Ich habe die Steuerung heute erst geändert. Also ist es auf jeden Fall geil. Ich habe es auf jeden Fall voll auf gerade. Könnte eine Vorlage sein. Ja. Oh Vorlage hast es mal gesagt. Ja die ist halt bloß abgewährt. Du weißt. Ach fuck ich habe kein Turbo. Ich bin tot. So ein Prankstar. Warte kommt gleich vor. Komm gleich vor. Doch nicht. Ja ich komm. Ich bin verkackt. Wenn ich jetzt verkackt was ich getan habe haben wir ein Problem. Ui. Ich habe es doch einfach gesagt. Gekault einfach. Ich wusste wenn ich jetzt verkackt dann haben wir ein Problem. Und ich habe mich verdrückt. Weil es passiert mir gerade so oft nur dass ich mich verdrückt. Ich bin einfach die Steuerung nicht gewohnt. Sorry. Guck dir das an. Wieder schon mal vorbei. Jeder? Ne. Loll. Ja. Der ist schon bei uns. Aber warte. Aber jetzt schaffe ich es. Oh mein. Tschüss. Ein Champion. Voll verkackt. Oh lol. Der fliegt rum. Ja aber nicht gut. Er hat es auch verkackt. Machst du. Okay du machst auch nichts. Ich mache auch nichts. Oh. Ich bin vorbeigefahren. Nein. Jetzt warte ich. Ich warte noch so dass er wirklich gut kommt dass ich in safe rein. Oh lol. Lol. Geht er? Das er wirklich nein. Schön wär's. Das er wirklich dass ich in safe rein mache habe ich gewartet. Und was mache ich? Ich zu lange warte. Kam einfach nicht mehr. Du hast vergessen zu sagen ich nehme auch auf wenn was spannend ist. Ach ja genau stimmt. Er nimmt äh äh ähm der Flo nimmt natürlich auch auf und falls was spannend ist bei ihm passiert. Also einmal im Jahr. Ja. Ähm kann ich das dann auch reinschneiden. So aus seiner. Boah. Sicht. Alter war das gut von dir. Das war so knapp. Ich war echt. Ich muss ja auch mal was meine Momente haben. Ja damit man dein Video auch sieht. Er hat übrigens kein YouTube Kanal. Also bei ihm wird nichts äh ne. Äh. Was bescheid. Ey. Ich verkackt die ganze Zeit dieser Doppelchamp. Ich bin zu blöd. Ja ich verkackt auch die ganze Zeit irgendwas. Oh mein Gott. Äh. Und verlängst mich auch die ganze Zeit. Ablenkung. Hm. Weil ich muss ja auch Vorlage. Bis der Ablenke König. Ja was war das Cent? Bisschen zu weit. Ach so. Shitmann. Oh Alter. Ja wir sind crazy drauf. Aber es steht bloß 1-1 komm. Mach Vorlage. Es ist ja schon bald rum. Oh jetzt die war gut. Oder? Ja. Oh ey. Mua. Ey das war ja mal eine Auflage du. Jack Cussell. Wie heißt das? Guck das mal an. Ja guck mal was ich hier war Alter. Crazy shit Alter. Sind wir die Profis. Guck mal hier noch 38 Sekunden müssen wir jetzt überleben. Und dann haben wir einfach gewonnen. Ne wir machen jetzt noch ein Tor. Was denkst denn du? Ich hab kein E-Tor. Ich auch nicht scheiße. Mach was. Oh ich hätte das Tor vielleicht gemacht wenn er mich nicht tot gemacht hat. Ach der hätte ich getötet? Ich habe nur gesehen dass der Bildschirm ruckelt. Das heißt ja nicht dass jemand tot ist. Ich habe ihn nicht schön getroffen. Ja richtig. Ich dachte die Wolk hat sagen weil wenn von euch keiner fährt dann falle ich na aber dann auf einmal fährst du zumal. Weiße. Nein. Ui. Ja Güsse. Ja es ist eine. Nein. Ach man ich wollte hier nochmal anhängen. Okay nächste Runde. Profi und Wetter dann. Steigerung zu gerade eben. Das ist sehr wahnsinnig. Lol ich bin im letzten Moment weggezogen. Ja was machen die denn? Den kriege ich nicht ins Tor rein. Scheiße war das schlecht. Gott ist das traurig. Mach was. Mach was. Ohl. Darf du? Ich habe mich verdrückt. Oh komm. Stell schnell schnell nach hinten. Ja bin ich gut ab. Ja sehr gut. Hast du dich verdrückt? Ja tatsächlich. Ja ich drücke immer WASD zum Lenken. Alter der macht mir eine Vorlage. Dir vor. Oh danke. Ich drücke immer WASD zum Lenken. Aber dabei habe ich es ja jetzt so umgestellt dass ich es auch beim Fliegen so habe. Und deswegen verkacke ich es dann immer. War eine voll gute Vorlage von denen. Ja natürlich die kann ich natürlich nicht auslassen. Bleibst du hinten? Ja stimmt. Das haben wir so aus. Ja ich habe es echt vergessen. Das haben wir so ausgemacht. Also wenn wir beide quer zum Ball stehen. Dann bleibe ich hinten und er fährt. Und wenn wir beide nebeneinander stehen. Dann gibt es ja auch mal die Situation. Dann fahre ich zum Ball und er bleibt hinten. Dann fahre ich den Ball getroffen und einen Befragschlag bekommen. Ja danke dass du mich weggeboxt hast. Oh. Oh. Ich brauche ich gerade alle weg Alter. Ja das bringt nicht viel. Oh doch. Oh meine Vorlage. Das ist echt eine Vorlage bekommen. Was für ein Treu ist das denn? Ja guck mal. Das war hier voll meine Vorlage. Alles klar. Anscheinend habe ich ihn berührt. Ja tipptopp ne. Anscheinend. Ich habe ihn nicht berührt scheiße. Hab ich gemerkt. Dafür komme ich ne Parade alter. So sinnlos. Was machen die? Er kommt. Als ob der geht wohl. Hahaha. Ich denke mir gerade so. Ich schnapp den Ball. Guck dir den an Alter. Und dann auf einmal kommst du angeflogen. Guck dir den an. Hä wie ging der rein? Vor allem auch angeschnitten. Das war halt echt geplant. Lol. Also das ist jetzt die Situation wo ich dann fahre. Dass ihr das mal hier seht. Als ob du gerade den getroffen hast. Das ist halt immer. Das ist halt immer. Ich glaube ich spinn. Das kann ich. Dann komm mal hier da auf. Damit weiß ich meine Skills. Ja ich nicht. Du hast keine Skills. Nein Spaß. Das läuft halt echt gut. Also das sind. Wir haben gerade zwei Runden gemacht. Und die beiden waren ja gut. Also wenn wir jetzt eine absolut schlechte Runde gemacht hätten. Oh das könnte ein Tor werden. Ja das wäre auch eins. Dass ich auch mein Highlight habe. Wenn wir eine schlechte Runde zum Beispiel halt jetzt haben. So eine ganz ganz schlechte. Dann würden wir die halt jetzt nicht nehmen. Das ist natürlich klar. Aber wir haben jetzt. Du musst erfahren. Wir haben zwei Runden jetzt aufgenommen. Oder nehmen wir jetzt zwei Runden auf. Und das sind direkt. Mein Fehler. Mein Fehler. Ja wie gerade eben. Komm Kikit wieder hoch und dann mache ich ihn rein. Die werden sich auch denken. Alter ist der geflyt. Easy. Echt noch ein Tor ey. Das kann doch nicht sein. Das geht gar nicht mit mir ab. Hält ihr was auf. Wir sind irgendwie nur abends gut ne. Ist halt echt so. Guck mal Alter. Wie krass das war. Hey haben die schon verlassen? Ja beide. Die haben beide verlassen. Lol. Sieg durch die Aufgabe. Ja. GG. Das war nochmal zwei erste stylische Runden. Für die erste Folge. Auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz hier die Garage. Ich habe nämlich jetzt für jedes gekaufte Auto ein Preseat gemacht. Dann könnt ihr mal meine gekauften Autos sehen. Also den benutze ich eigentlich meistens. Dann habe ich hier noch den Aftershock. Wie heißt der? Keine Ahnung. Den Lurion. Den benutze ich eigentlich auch ziemlich oft. Der ist auch ganz geil. Den Grog. Naja. Nicht so. Keine Ahnung wie der heißt. Der sieht auch schnicke aus. Ich finde dieses Metallica ist ganz cool. Da ist die Wahrscheinlichkeit dass ich den Balchef ziemlich geregen. Weil dieses Auto so klein ist. Und dann noch dieses Standardauto was alle Pros benutzen. Warum auch immer. Ähm. Ja. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall welche Autos ich so am Start habe. Ich würde sagen das war eine mega mega erfolgreiche Folge. Äh. Lasst mir die Hörtungen da. Wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin. Und. Ciao. 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 Ciao.